ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem display zu kummer an den konkurrent stufe rot 1 remastered edition auf seiten der alliierten gegenschlag ganz genau leute und wir waren hier beim letzten mal noch in dieser mission hier angekommen also wir hatten ja hier die erste kleine basis haben wir ja ausgeschaltet und ich war dabei ein paar einheiten zu bauen ganz genau leute und ja damit wir endlich mal hier unten reinkommen das ist ja wirklich nicht mehr feierlich was der gegner hier auffährt schaut euch das mal an leute überall fahren die panzer rum aber ich glaube ja die tesla panzer sind jetzt zumindest schon mal was zur helle da ist noch ein panzer ja gut panzer kommen weg damit panzer ich begrüße dich nicht weg mit dir ganz genau leute und ja wir kommen zurück ich habe jetzt mal ein bisschen ach du scheiße dann sagen wir mal hier zu hause du auch bitte ich habe jetzt mal ein bisschen zeit gefunden tatsächlich fürs spiel weil unser neuer kater der ist ja wirklich er spielt gerne mit uns deshalb ja findet sich im moment ein bisschen schwierig zeit aber kein ding leute kein ding und ach du heilige die mission geht ganz schön ab muss ich mal ganz ehrlich mal so sagen heute zwei raketenwerfer die auf meinen sonder schießen wollten scheiße ach du scheiße ist doch nicht mehr normal leute wirklich nicht ja danke macht den bunker noch im arch e wirklich man mann 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 heute wirklich euer ernst schießt doch nicht auf den grenadier schießt doch auf den panzer verdammt noch mal ja es geht direkt action geladen hier los da hat er doch wieder tesla panzer ich dachte ich hätte jetzt meine uhr vor den scheiß ding an so können wir jetzt mal vernünftig sammeln so sammler du sammeln bitte hier zack gut leute dann versuche ich das mal mit diesem mini angriff hier ja gut dann würde ich sagen gehen wir gleich mal voran alles klar team 1 und am besten speicher ich noch mal kurz vorher das ist nämlich schon mission 7 vom addon ganz genau und ja dann würde ich sagen nämlich wenn wir mein team 1 und marschieren mal ein bisschen hier runter so heute ach du scheiße ja stimmt da waren die beiden raketenwerfer ne ja toll scheiß hat sagt verdammt noch mal so mein kater läuft gerade vor dem bildschirm es ist gerade ein bisschen lustig aber gut so hier unten war nämlich die edelsteine leute ganz genau natürlich und wie soll ich hier reinkommen wie soll ich hier reinkommen mit diesem mini angriff das kann doch nicht sein ich muss dem gegner irgendwie seine tester panzer nehmen aber ja da greife ich halt erst mal den sammler an hier los und kaputt sehr schön leute raketenwerfer platt machen raketenwerfer platt machen macht die scheiße platt ich will den gegner mal ein bisschen schwächen hier so ok rein hier und die testerspule zumindest platt machen los macht die kaputt macht die kaputt die scheiße ach verdammt egal leute wir haben diesen angriff mal ja wir haben diesen eigentlich ganz gut gemacht also wir haben dem hier schon bisschen was noch in seiner verteidigung rein geworfen und ich frage mich gerade wo meine sammler bleiben die bringen nämlich schon wieder keine kohle rein hier das ist das problem wo ist mein anderer haben sie den platt gemacht die haben tatsächlich den anderen sammler platt gemacht das ist ja wohl unglaublich da ist er doch okay dann ja katze im hintergrund genau wie hier auch die katze so leute und da noch die edelsteine mitnehmen und ja leute dann würde ich mal sagen meine katze schaut mir gerade beim spielen zu das ist ganz cool die weiß was gut ist die weiß was gut ist ganz genau leute also das spiel meine ich jetzt nicht meinen kommentar dabei und ja leute ich hoffe es geht euch gut soweit was die sammler hier wieder machen weiß ich auch nicht ja wie gesagt ich hoffe es geht euch gut ich habe jetzt mal ein bisschen zeit mitgebracht als mindestens mal eine stunde und ja da würde ich sagen nutzen wir die stunde jetzt mal um hier hoffentlich jetzt mal diese mission hier fertig zu kriegen das ist ja wohl nicht mehr feierlich wirklich nicht leute was machst du denn sammeln doch mensch 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 so gut leute ja wie gesagt ich hoffe es geht euch gut der sammelt also hier hinten der sammelt also dahinten und hier unten der hat noch zwei sammler der sack der sagt zwei sammler was mein gott wisst ihr was ich glaube ich brauche hier nur kampfpanzer ich glaube das ist hier die bessere möglichkeit als die artillerie geschütze ja ich brauche ich werde hier nur kampfpanzer brauchen so da kommt schon wieder ein raketenwerfer eingeschissen man leute lasst euch doch einmal zehn minuten in ruhe so mensch leute ich sage euch das ist schon eine mission aber macht spaß macht trotzdem spaß auch wenn wir hier verkacken ja toll ich brauche eigentlich noch ein buch können gut dann macht ihr kaputt auch so scheiße ja toll super da haben sie tatsächlich noch mal einen panzer da oben im arsch gemacht der roman gut dann habe ich da auch mal noch im bunker stehen und hier unten ist schon wieder ein schießtesla panzer das ist ja wohl nicht mehr nicht mehr schön natürlich nicht mann 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 so über die hier auch noch kaputt machen ganz genau so und reparieren fahren bitte also grafik mir danke da ist auch ein mannequin da oben da machen wir den mal weg wir müssen ja hier auch noch die konvois am entkommen verhindern hier war da war doch was ja da war doch was da war doch was moment macht den kaputt ach gottchen leute ich muss den irgendwie vom sammeln abhalten aber mit diesem kleinen mini mini trupp ja mal gucken kommt schickt immer dahin los ja pünktlich passend zur mucke hier repariert doch nicht egal leute ach du heilige verdammt ja gut dann macht die kaputt los macht die kaputt verdammt noch wahl überall truppen vorlegen das kann ja wohl nicht wahr sein leute das ist ganz wichtig gerade mein kater verfolgt gerade bei meinen mauszeiger hier schaut mal ganz cool eigentlich und ja wie gesagt ich habe jetzt hier mal ein paar einheiten hingestellt da kommt ein mannequin so dann soll der sammler jetzt mal versuchen hier hinzukommen so dann soll der sammler mal kommen so alle drauf da los machte kaputt im scheiß so jetzt zieht er nämlich alles raus was er hat und ja ganz genau wir haben den sammler eben weggenommen das ist schon mal gut so macht den scheiß kaputt die rollen aber auch immer ne machte spät ok leute ich wollte es einfach massig kampfpanzer ja das ist schon wieder so ein kack raketenwerfer der freien sammler ballert ach du scheiße ich glaube oh gut geh mal raus da so so leute genau der hat den erledigt ja komm dann schießt er noch einmal drauf da so alles klar die beiden sammler kommen rein ich glaube ich werde noch mal eine zweite raffinerie bauen ja damit die produktion ein bisschen schneller geht hier vor allem damit die geldzufuhr mal ein bisschen schneller geht genau so sieht es aus und hat ein sammler nachgebaut das gibt es ja wohl nicht das gibt es ja wohl wirklich nicht da kommt da jetzt angesprochen toll da kommt jetzt angeschissen mit zwei scheißpanzern da oben ja gut man kaputt die scheiße ich komme mir nicht zur ruhe das ist ich komme mir nicht zur ruhe verdammt noch mal was das für eine mission leute euer ernst da sind noch mehr so mach diesen sammler kaputt los macht diesen scheiß sammler kaputt so wenn er das nächste mal hier kommt ist der fertig diese raketenwerfer macht die kaputt wird auch noch mal so aber nicht in die basis reinfahren weil da stehen tesla spulen alter schwede das ist so bescheuert das ist eine richtig bescheuerte mission muss ich mal ganz ehrlich was auch sagen leute das kann jetzt nun wirklich nicht sein naja toll ja gut zum glück fährt er nach hause so ihr kommt mal bitte hierhin das nervt mich nämlich langsam jetzt macht er mir noch ein sammler kaputt ich habe keine einzige einheit dass sie den ruhe junge ich brauche die sammler man leute euer ernst da hat einer edelsteine gesammelt automatisch es geschehen nach zeiten und wunder ganz ehrlich macht diese scheiß sammler weg so und hier unten den noch so haben wir jetzt mal ein bisschen ruhe hoch du scheiße leute ich werde von allen zeiten tausendmal angegriffen eh wo sind noch einmal die edelsteine hin hä ok entsteht ein kampfpanzer das sollen jetzt die edelsteine vorhin gewesen sein oder was oh man aber es sieht gut aus heute er hat da unten noch ein das ist der scheiß der hat da unten noch ein sammler verdammt noch mal okay egal leute wir haben jetzt drei sammler im einsatz so sammeln du mal bitte edelsteine ein ja wir brauchen jetzt möglichst schnell möglichst viele ressourcen leute die lasse ich mir hier stehen die können das feld mal bewachen und sammler fahrt doch nicht nach hause wenn ihr nix habt verdammt gut ihr kümmert euch mal ja nee kommt aha seht ihr da wollte nämlich schon wieder mich hier abfackeln damit panzern ja nix da ja die konvois die sind anscheinend alle weg also wir hatten ja als einsatz ziel hier konvois platt zu machen die sind anscheinend alle weg weil es versucht keiner mehr zu entkommen hier das ist doch mal eine ganz gute sache da würde ich sagen speicher ich das ding einfach mal und ja genau das mannigen das kannst du mit überfahren so leute ja gut die bewachen das hält hoffentlich ja da sind zwei raketenwerfer dann macht die kaputt macht die kaputt aber fahren nicht in die scheiß test der spule rein verdammt mal so weg damit sehr gut alles klar einfach die truppen vom nerv am nerven hindern das ist schon eine krasse mission sollte muss ich sagen die erste mission auch an der ich mehr als zwei folgen glaube ich sitzen werde da hat der sack noch im sammler wird ist ja ja der hat noch zwei sammler oh mein gott das noch zwei sammler der penner na gut egal dann sagen wir einfach mal weiter leute wie gesagt also wir versuchen hier weiterhin die russen platz zu machen mit einer riesen armee aus kampfpanzern und bei euch hoffe ich mal wie gesagt dass es euch gut geht bei mir ich habe jetzt noch genau eine woche zeit danach geht nämlich meine meine arbeit wieder los das heißt ja neuer job job gewechselt und ja mir brauchst du eigentlich nichts zu sagen also job wechsel und ich kann jetzt völlig neu anfangen ganz genau repariert die dinge mal und ich brauche jetzt gleich jede einheit die vier die reichen hier die reichen die müssen reichen so leute die kohle fließt ganz genau so dann reparieren die ein die armee wird jetzt größer leute weil ich mir schön hier die edelsteine eingesackt habe da sind sogar noch mehr edelsteine da sind sogar noch mehr edelsteine ja dann hol dir die doch fahr die kaputt los raketenwerfer so egal das passt schon so weit kommt sammeln sagt dir noch den letzten edelsteine egal das war das denn wie viele raketenwerfer da drin stehen egal leute der sammler ist weg aber kein grund zur unruhigung der russer hat es auch nicht gekriegt die edelsteine also von daher jo können wir uns mal weiter hier vorbereiten hoffe ich mal so viele panzer hier das ist unglaublich der hat hier eine tesla spule bleib ruhig jetzt zwei tesla spulen also zwei also fünf tesla spulen in einer basis habe ich habe ich beim originalspiel noch nicht erlebt habe ich noch nicht erlebt was ich ganz ehrlich mal zu sagen und da versuch da wieder zu nerven das lassen war man nicht zu jo leute falls es euch aufgefallen ist in der letzten folge hatte ich ein bisschen mehr bass in der stimme drin das liegt daran ich experimentiere gerade so ein bisschen rum ja mit verschiedenen sound einstellungen bei meiner stimme um die mal ein bisschen ja ein bisschen bessere stimmen quali hier noch hin zu kriegen ganz genau so ihr macht die bitte alle kaputt einfach platt fahren ja oder lasst sie in den bunker laufen läuft auch so leute ja gut dann fahrt da drüber los gut möglichst einheiten schonend hier die kacke platt machen so alles klar kann ich noch mal einen bauen genau leute wie gesagt nicht wundern wenn meine stimme anders klingt in der einen oder anderen folge ich mache so ein paar experimente mit outer city und allem ich bearbeite das ja nach damit die audio qualität ein bisschen passt für euch und ja ganz genau da hier ja ach der baut schon wieder tesla-panzer wie verrückt ne das ist der baut schon wieder tesla-panzer wie verrückt hier so ach du scheiße ja toll das war's mit dem sammler weil der dumm sack durch die gegnerische basis gefahren ist ja super schöne scheiße wirklich gut da macht die scheiße kaputt los ist da was dann speichere ich das ding jetzt noch mal mission 7 add-on und ja dann warte ich jetzt mal bis die einheiten sich da ansammeln und dann gehe ich mit denen gleich los sei nicht so unfair ich will mich hier unten sammeln verdammter typ wirklich verdammter russe so dann hier los drauf da drauf da weg machen so ich würde sagen ich gehe aber erst mal hier und noch ein weil hier oben sind zweitester wie gesagt zweitester spulen sind heftig sollte das was hier unten was da hier unten alles auffährt ne das ist ja auch so heftig so vor allem macht diese scheiß tesla-panzer weg so und den noch so okay die haben wir schon mal aufgerieben äh macht den sammler platt platt machen los platt machen hinterher fahren und platt machen leute wir haben noch zwölf minuten diese einen voll was ist die lebens einfach beim gegner zu sammeln das ist ja schon wieder so ein drecks tesla-panzer boah hat er da hat noch sammler ja gut dann stell den mal da unten hin den einen die sammler die werde ich jetzt hier oben hinschicken ganz genau da hat er noch mehr scheiße stehen ja gut egal macht den sammler im arsch jetzt der soll keine kohle mehr kriegen der soll keine kohle mehr kriegen und macht den kaputt den scheiß sammler ach verdammt gut dann macht diese tesla spule weg los noch eine tesla spule oh mann der hat einfach übertrieben viele tesla spulen hier drinnen stehen boah das reicht nicht ne dieser angriff das ist so krass der reicht nicht der angriff reicht nicht ich mach schon die energie platt ach tesla-panzer alles klar dann fahrt mal hier raus aus der scheiße und macht den sammler platt so so leute wir haben es der sammler ist weg macht diesen blöden tesla-panzer platt und die nächste energie platt machen oh mein gott so leute oh mein gott wir haben eine chance leute wir haben jetzt eine chance direkt speichern das ganze so leute da sind zwei sammler sehr sehr gut leute wir können jetzt in ruhe unsere angriffs armee aufbauen oder sind sogar noch edelsteine dann sag ich mir jetzt ein die edelsteine warum hat er noch einen sammler wieso hat er noch einen sammler das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht gut dann stellt ihr euch mal bitte hier hin einfach in den weg stellen damit der sammler da nicht entkommt du fährst du noch mal eben platt schade ja klar ja toll der fährt jetzt natürlich da unten her aber wir haben ein schönes loch reingerissen wir haben wirklich ein schönes loch reingerissen und ihr fahrt den jetzt mal bitte platt so und ihr sammler platt machen platt machen die scheiße so macht die scheiße platt so alles klar jetzt schickt er seine panzer hier hin oh man ja gut dann boah das ist ganz schön heftig hier ja damit habe ich ganz ehrlich gesagt nicht gerechnet aber ja wieder geile Mucke hier und ja verkaufen der fährt eiskalt hier vorbei wer ist da reingefahren welcher idiot ist da wieder in der atombombe reingefahren wieder irgendein sammler ja boah das ist mies was der macht das ist richtig gemein Leute schaut euch das an so macht die kacke kaputt jetzt hier los kaputt machen warte bitte hier hin und kaputt machen so wenn er beim nächsten mal rauskommt ist er fertig ich brauche noch einen sammler ne ich brauche noch einen sammler Leute der sammler ist durch die atombombe gefahren meine fresse ich will jetzt seine sammler kriegen hier los ich versuche da wieder irgendwas komisches hier zu machen äh ja einfach fahren und dann schießen genau das habe ich auch gesehen in einem youtube video diese ganzen pros hier im comando conquer fahren und schießen zeitgleich das ist äh das ist wohl die master taktik so der ist schon mal weg so der kack satt der letzte sammler von ihm ist hoffentlich jetzt mal weg alles klar Leute gut äh dann würde ich mal sagen ihr vier oder ne komm du fährst mal zurück ich brauche ja eigentlich nicht mehr so viel hier ne mit flugzeugen kommt er ja gar nicht mehr angeschissen was zur hölle jetzt fahren wir das männliche platt so sammler du fährst bitte auch hier hinten hin oder nö quatsch du kannst hier unten hinfahren ja ganz genau der hat den schirm platt gefahren sehr schön so einfach weiter kamerpanzer bauen mit denen hier kann ich doch mal hier hinfahren nochmal die raffinerie platt machen ja ganz genau Leute sehr schön die raffinerie muss weg Leute die muss definitiv weg so und wenn die platt ist nutze ich die um die russenbasis zu erkunden genau so mache ich es ja batz und weg damit so dann fahren wir hier rein genau macht noch seine eigene Männchen platt und mal gucken was hier noch so ist Leute ah schaut mal hier die Energie ist hier ganz hinten ach du scheiße Atom oh Gott Mammutpanzer Atomsilo oh mein Gott ja toll Drecksmammut Moment was muss ich denn genau machen zerstören sie die sowjetische Weiterverarbeitungsanlage Moment kann es sein dass ich nur die Dinger platt machen muss Einheit weil dann fahre ich jetzt hier einfach rein und jo dann ist es das vielleicht schon gewesen ne so Leute sind das alle ja das sind leider alle gut egal dann fahrt ihr jetzt mal bitte rein die überfahren natürlich nicht die Männchen ne ist klar so egal hier so hier drauf schießen so Leute mach das kaputt ich speicher das vorher nochmal die geile Bucke dabei so weg und hier weg machen los nein oh Gott direkt kaputt machen die Scheiße so und diesen Mammutpanzer weg machen los mach den mach den platt mach den kaputt so mach die Energie weg so Leute und das Männchen da so und das Männchen sehr gut und hier drauf schießen vielleicht vielleicht ist das das Missionsziel ich weiß es ja nicht so das auch weg machen hier Alter die sind Männchen so und was vielleicht war es das ja schon ne wer weiß nein ich muss alles platt machen ach verdammt egal Leute es kann sein dass das schon ausreicht hier fahr die kaputt so einfach so flatsch drüber gefahren oh man ja Leute dann hab ich das wahrscheinlich doch nicht in dieser Folge ähm ja das ist schade das wäre schade aber ich mach den jetzt nach und nach hier platt so jetzt das Schwule platt machen bitte auf platt machen bitte und da kann ich ja jetzt noch ein paar Artillerie für die ganzen Gebäude kurz ja das kann er ruhig machen oder ja keine Ahnung mach den kaputt da kann man mal sehen wie man mit 5 Panzern eine ganze russische Basis auseinander nehmen kann überfahrt die einfach ey Mann ja den russischen den haben wir hier auseinander genommen warum ist der Panzer kaputt gegangen so kurz und Manniken mal wieder kommt immer Manniken raus bei ihm bei mir gar nicht und bei ihm immer das ist ja bisschen unfair aber gut ist halt KI ne was will man da erwarten Leute was will man da erwarten so platt machen und das hier platt machen ja braucht keine Kohle mehr hier der Penner da hat er sogar noch zwei Panzer mobilisiert das gibt's ja wohl nicht gut Leute wir haben noch zwei Minuten wir könnten es noch schaffen in der halben Stunde mach den kaputt verdammt so und vor allem diese scheiß Tesla Spule weg machen so und hier diesen Flammenturm weg machen los mach den weg so sehr gut und der kann den noch platt machen ganz genau Leute sehr gut oh das wird reichen Leute das ist das neue Team 1 putz der Hund noch weg machen genau und ja dann haben wir es ja so neues Team 1 kann dann mal bitte hier die Flammentürme angreifen ich hab zwar die Karte nicht komplett erkundet es könnte also sein dass er hier noch irgendwo Einheiten versteckt aber ja kack egal jetzt wirklich das schaffen wir jetzt doch relativ schnell sogar so der macht weiter die Energie platt schon mal ganz gut so mach diese Invasion ach du Scheiße wie viele Invasionen hatten wir hier mobilisiert so weg macht so und ja Leute dann haben wir den Russen hier erledigt so dann haben wir jetzt noch da unten diese Einheiten da von ihm und wenn das jetzt dann geschafft wäre das wäre ganz geil weil dann haben wir die Folge die Mission in dieser Folge geschafft ja die Artillerie die kann noch nicht mehr okay so war es das jetzt mit dir Russe oder hast du hier noch irgendeinen Sammler versteckt er hat noch einen Sammler versteckt okay alles klar dann Motion sehr schnell aber das geht nicht sehr schnell leider schade gut dann dann wird die Folge wieder ein bisschen Überlänge weil wir hier noch die Einheit suchen müssen bevor er hier noch irgendwas hat ja wo kamen denn die ganzen Trucks immer her das ist bestimmt ein Sammler U-Boote okay er hat U-Boote noch ja dann wegmachen dann mach die Kacke weg da hat er auch noch ein Radar okay du sollst da nicht hinfahren du sollst es kaputt machen Mensch Artillerie so haben wir es jetzt jetzt haben wir es sehr schön alles klar sehr sehr gut das Ding ist im Arsch so ja alles klar Leute dann haben wir die Mission ja jetzt endlich im Kasten und Bonusgalerie freischalten abschließen Sibirien in der Falle alles klar Leute dann würde ich sagen fange ich hier noch meinen Namen rein und wenn euch die Folge gefallen hat liebe Leute würde ich sagen lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da würde mich sehr freuen und ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag ne tschü tschü